Mein Name ist Paul von Westfalen, ich bin Ingenieur und ich habe eigentlich in meinem Leben immer abgelehnt, Wasser zu trinken. Ich habe alles andere getrunken, aber nie Wasser. Bis ich über ein Weihnachtsgeschenk an meine Frau dazu gekommen bin, von EM Wassertechnologie die Basisstation als Geschenk zu erwerben. Und dann gab es einen interessanten Effekt. Alle meine Kinder haben abgelehnt, dieses komische Wasser in Anführungszeichen zu trinken. Und ein paar Tage später, nachdem sie es probiert haben, kamen sie alle, jeweils wenn sie uns besucht haben, bei uns vorbei und haben sich von diesem Wasser, Wasser mitgenommen. Was mich dazu motiviert hat, dieses Zusatzmodul mit dem H2O noch dazu zu erwerben, meiner Frau ebenfalls zu schenken. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt zu 80% dieses aufbereitete Wasser mit dem Zusatz, dem H2O-Zusatz, Wasserstoffzusatz zu trinken und nur noch zu 20% das andere. Und wir fühlen uns besser. Wir haben einen deutlichen Effekt der Vitalität und der Leistungsfähigkeit gemerkt. Und was ich interessant finde ist, ich brauche, das Ganze ist jetzt so her, seit Dezember letzten Jahres und ich brauche deutlich weniger Schlaf und bin fitter, obwohl ich weniger schlafe. Ich kann also nur sagen, wer es nicht ausprobiert hat, der hat etwas verpasst. Und diese Entscheidung würde ich nie mehr bereuen und unser Besuch fängt jetzt auch an, immer mal ganz vorsichtig zu probieren, ob es denn Wirkung tut. Und dann noch keinen gehabt, der gesagt hat, nee, er hat keine Wirkung festgestellt. Von daher genial. Warum denn nicht schon viel früher?